Wurde in Danzig gebaut auf der Wiesnerwerft und war Tütschiff einer Serie von 17 Fahrgastchefen, mit denen man in den 60er Jahren ein reiches Schiff, bei einer Seite gerade, bei einer Seite, mit hin zu zweiter Schuflusem Schnee und mit denen man knurzelt, die wir in der Wiesnerwerft der Wiesnerwerft und der Wiesnerwerft und der Kanzlerin. Der Wiesnerwerft und der Kanzlerin Querison hat einen großen Aufwärtsraum, der war Tatsache, der Doppernwärtsraum, der auch im Anschluss bei Riesern. Der schöne Kanzlerin der Beruelsaufszagung hat eine große Anleitung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.